Ganz, ganz leicht. Du kannst dir die Teile aber einfach nachkaufen. Wieso klappt das? Ich war afghaner, hab grad was erzählt. So, also 5 gegen 5 Bubbler Elite im Livestream. Ich höre gerade nichts vor. Ich wollte gerade sagen, gehst du da einfach durch gerade mit den Elites? Ja, ja, einfach durch. So geht das doch mit Dual-Zucker nicht. Oh! So viel Leute. Wettung, das wird mal cool, Alter. Alter, die überfallen uns gleich so hart. Also die Teams sind tatsächlich in der Hinsicht unfair, dass die eigentlich viel stärker sind als wir so von den Ranks. Obwohl, Kizolian, wie stark, also was für einen Rank hast du? Äh, ja, MG2 vielleicht. Ah, okay. Und wie stark bist du? Was hebst du so? 22,5 Kilo. Boah, nicht schlecht. Eigentlich soll ich Wettnern machen echt jetzt, Leute. Okay. Mein Kred ist ab. Kein Hack. B-Ultra drauf. Das ist A, ja. Ich bin schon da. Das ist A, ja. Ach so, sorry, das ist A, ja. Ich sag, Alter, und B. Aber das ist auch irgendwie falsch hier. Das ist eigentlich B. Du hast falsch betitelt. Nee. So, vom Feeling her müsste das hier B sein und das andere A. Das hab ich schon ganz oft hier gesagt auf dem Himmel. Samy, Samy sagst du die ganze Zeit, nee? Das hab ich bei Dings so gehabt, bei Mokka. Bei Office? Da konnte ich es nie merken. Ach so, bei Mokka. Nein, bei Mokka. Ja, stimmt. Stimmt, bei Mokka kann ich mir das auch nicht merken. Aber ich muss doch tösern jetzt. Hast du Senseis Taser? Ja. But how, Sam? Hello there. Oh no. Wenn den Alter mal mit dem Taser vor dir steht, dann schießt du dich. Sondern du spielst. Ein bisschen. Auf der. Jetzt kommt die Diegel ran. Das ist klar? Klar, wenn du siehst. Natürlich, natürlich. Jetzt fressen sie. Hallo, nicht boxen. Willkommen im Livestream. Möchtest du nicht geboxt werden? Verstehe ich das richtig? Keine Sorge, hier boxen niemanden. Wir spielen gerade 5 gegen 5 intern. Also das ist nicht so ernst, ne? Das ist hier Bubbler-Community, also Zuschauer. Puschen mit Mp90. Chris, willkommen auch an dich hier im Livestream. Was geht, was geht? Moin Moin. Alles schön, nicht bei dir? Ist Team Attack an? Aua! Achso, übrigens an alle, die jetzt hier vielleicht, also vielleicht verwende ich das hier für die YouTuber. Nicht wundern, ich labere mit dem Chat, ne? Also wenn ich einfach so ins Nichts reinlabere. Ich bin gemutet. Meine Teamspeak-Leute hören mich nicht. Sammy riecht ein bisschen nach Käse. Hört keiner. Also, ähm, ja. Alter, Kredl einfach. Warum ist Kredl eigentlich so gut? Weiß nicht, ich glaube, der hasst uns einfach alle. Manchmal glaube ich das auch. Sag mal, hat der mich gerochen, dass der mir direkt einen in die Fresse drückt? Aua! Okay, wir verstehen uns. Alles klar. Was? Oh, ich hätte jetzt neifen können. Versuch's doch! Oh Gott, der riecht nicht. Der guckt jede Ecke ab. Scheiße, ich bin tot. Da, der steht! Er hat extra jede Ecke gecheckt eben. Also, das hat mich da nicht gesehen, aber Lack hoch 10. Lack hoch 10. Headset, ach so, Headset. Ich hab, ähm, Biodynamics DT 770 Ohm. Danke, dass du so laut bist. 80 Ohm. Die sind wirklich nicht schlecht. Also, ich hab die empfohlen bekommen, mehrfach, weil ich immer wieder nicht so gute Headset hatte. Die kosten ein bisschen was. Ich glaub so 70 bis 130 circa. Aber die können, äh, ihr Ding auf jeden Fall. Ich hab grad nicht gerafft, was zu meinen, sorry. Ähm. Oh, Pew, no! Ich wollt ihn gar nicht töten, aber es geschah. Es geschah eines Nachts. Ich hab die Biodynamics DT 990 pro. No, oder? Sind wir jetzt grad irgendwie im Gefecht, oder was? Wie sie einfach die, die Zahlen höher macht. Oh, Leute! Ja, schmeckt heute mal wieder. Schmeckt ziemlich gut, ne? Nom, nom, nom. Er konnte nicht mit ansehen, wie ich damals mit meinem Razer da saß. Hört man ja immer wieder, ne? Wenn du unter Hi-Fi-Fans irgendwie sowas sagst, wie halt, oh, Razer. Oh, guck mich alle so an. Was? Oh, oh, oh. Brechen ja fast irgendwie auf den Tisch. Also, ja, diese Standard-Gaming-Marken, die man so kennt, sind irgendwie dann, logischerweise, es ist halt, Gaming ist ja auch nicht irgendwie für die absoluten, für den absoluten Hochgenuss des Sounds gedacht. Ja, also so ist es nicht. Ah ja! Sammy, komm mal. Bleiben Sie stehen! Es war, aber ein... Ja, Sammy, ich hab mein Bestes versucht. Ich war aber nah dran. Kann nur legen, wenn du... Es war echt knapp. Viel B. Nice break, mach ich dir weg, pass auf. Oh, die ist ja schon da! Wow! Ich, der ein Razer-Head-Head, aber ist ja auch nicht schlimm, wenn du ein Razer-Head-Head hast. Ich hab ja auch die Ansätze so normale gehabt und das ist für Gaming vollkommen chillig. Aber wenn du so einen Hi-Fi-Fan hast, der seine Musik so, weißt du, der so einen Plattenspieler hat und dann da so hockt, so. Wenn er Musik hört. So ein bisschen erhaben. Da kannst du kein Razer-Head-Head nehmen. Da guckt er so. Die ganze Zeit. Da ist noch eine rechts! Aua! Mit Pump auf die Entfernung. Nichts. Das ist ja... Nein, Mitte... Der ist ja wirklich getaisert. Kann man sich mit deinem Headset auch Filme geben? Ja. Also das Ding ist wirklich gut. Bei mir ist jetzt, wegen der Durability, um mal kurz ein Beispiel zu nennen, ich schwitze übrigens wie ein Schwein, so als Extra-Info, bei mir ist jetzt hier drin das Ding abgegangen, man sieht es hier, ne? Ganz, ganz leicht, du kannst dir die Teile aber einfach nachkaufen. Wieso klappt das? Ich war Afghane, ich habe gerade was erzählt. Wieso hat das funktioniert? Ich muss es dann so gleich schreiben. Ich anwuselt, anwuselt. Das war so insane, ich erzähle gerade vom Headset und habe das in der Hand und Hals halt so in die Kamera aufhören und läuft es dann so an mir vorbei. Boah, also das interne ist Zucker. Leute, ich mach die weg und zwei und drei. Die hüten doch alle. Alter, ist Yakuza-Rude. Later, Yakuza. Later. Later. Wo ist der andere? Ich hab's nicht gesehen. Weißt du, ich wollte ehrenhaft sein und hab auch das Knife genommen. Dann hat er einfach einen Taser in der Hand. Alter, das ist schon frech. Raus mit dem, Mod abgenommen, Bun ist drin. Aber gut, ich mein, ich hab ihn ja auch getasert, also das war vollkommen zu Recht. Okay, passt auf. Meine Challenge, ich mach einen Deagl-Shot und dann mach ich so einmal. Beide, beide da. Hey Mann, ich hab zwei Logisch. Lumpur-Ding sind da hinter der Kiste. Äh. Oh, die haben hier schieben. Das finde ich gut. Wow, was. Sanse hated von der Yakuza. Äh. Ich wollte, ich wollte noch. Ja, ich wollte mit Messern. Ich will doch nicht gemeinsam den Abschieds wenn er auf mich springen. Ich will doch kein Assi. Kennt ihr den Schildkröten-Sex? Ja, dieses. Äh. Ha, 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 ha. Okay, Leute, jetzt nicht alle komplett ausrasten. Break. Break, wir kommen gleich irgendwas aus dem Arsch rausgezogen, glaube ich, so klingt das. Was ist denn? Also, also, ooooh. Mann, Sanse hackt. Bam. Er ist weg, Leute. B is free like a piece of pee. Wir können reinballern. Nee, da ist noch einer. Ich, Sammy, ich wollte dich ver-ersen. Wuhu. Ey, da kann man ja durchgucken. Ey, der trifft ja auch. Backflip gemacht sogar. Ich hab Rennlatt eh mit Backflip gemacht. Äh, ich hab AWP. Die sind praktisch schon, ähm, im Loose eingetragen, die Gegner. Easy. Äh, da ist einer, bitte. Warte, ich molly rein, ich molly rein. Ach, brich, 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 brich. Ach man, wer blockt denn da? Bendhooks, I'm so sore. Ich werd gleich gebannt, steht da. Der verdient, hast mich geblokt. Nee, ich war nicht da. Bendhooks war der Blocker. Ich hab euch nur angezündet. Ach so, hat noch der da. Ach so. Also Leute, ich geh mal ganz kurz alleine Mitte, bis Yakuza oder ich tot sind, okay? Werde nicht zugucken. Das sind ja zwei! Frechheit, Frechheit. Also nochmal, nur Yakuza und ich. Kurz nachladen. Ja, ja, im Deutschen ist das. Ah! Ähm, wie bitte? Ich glaub gar nicht, das war Samy. Ey, das ist so nice, Leute. Ich bin echt vor, dass ich das Ganze jetzt aufgenommen hab. Das kann ich richtig schön für YouTube hochpimmeln. Als dieses Interne, so als Beispiel. Spaß hab ich hier jetzt mal nicht gefunden. Also, äh, Kredl. Riecht schon so ein bisschen angenehm. Der Kredl, der schießt mir ja so ein Sauber, der süße Sauber. Ja, das ist wirklich so ein richtiger Schweinebär, Mann. Ich plante ja nicht. Sehr gut, Samy, mach das, zieh durch. Die haben wir im Sack. Da killt der mich einfach. Wow. Oh! Ohohoho! Ohoho! Er hat die Womme nicht übrigens, die ist hinten down. Hinten down? Die ist unten drüber oder oben drunter. Emi! Da war ja wirklich einer! Hallo, keine Zuschauer laut. Äh, doch! Nein, ohne Ticket kein Eindruck. Was? Yakuza, Alter! Nicht schießen, Break! Ja, ich lauf nur durch. Look at this. Oh, die Zander, dankeschön. Oh Gott, Zanse ist. Zanse. Da hat einer einen Tagger, da hat einer einen Tagger. Da hat einer einen Tagger. Beide weg, bitte. Easy, Zander. Oh! Komm, 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 mit einem Mal, bitte, bitte, bitte. Shit. Ja. Ja, aber gut, der war ja nicht da. Ah ja, cool, dass ich irgendwo jetzt hier am chillen und das ist ein Fartsmaller einfach. Ich kann mal nichts legen, scheiße. Small. Ohohoho! Ohohoho! Guck mal! Voll ins Gesicht. Hab ich doch gut investiert. Ja, die Zander ist gut, die ist echt gut. Warte, ich hab nicht Flash rein. Oh Gott, ich lasse. Okay, sehr gut, Leute. Das werden die nicht verstehen, warum hier so viele Flash sind. Da ist ja der Klaus! Da sind ganz viele. Ähm, ich muss das Giveaway dann gleich aufmachen. Holy shit, das ist schon 3.30 Uhr, sorry, Leute, dass es jetzt so lange gedauert hat. Hast du durchgelegt? Sehr gut. Und von hinten kommt auch, von T-Spawn. Genau. Ohohoho! Rail Diesel, Alter! Ohohoho! Alter, fette Shots, holy shit! Schmeckt. Wir wollen so ein bisschen spannend machen, ne? Ja, wir wollen so ein bisschen spannend. Komm, da kann man schon mal rein spannen hier. Komm, wir gehen drauf, hier ist bestimmt keiner mehr. Wir gehen einfach auf A, gehen planten und machen einfach ein Draw. Ohoho! Yeah! Warte, ich molle die da rein. Ah, Mist, da ist halt einer drin! Oh no! Hinter euch! Da wäre schon... Alter, das war krass. Ja, cool, das war ja insane, Alter! Alter, das war einfach Putsch. Ja, cool, das war einfach Putsch. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh mit deiner wirklich fette Mutter auf die Instagram-Messe. What?